So Freunde, die Kacke ist wohl wieder komplett am Dampfen. Masi hat mir dieses Video empfohlen und meinte, gönn dir das. Es gab ja so Gerüchte, habe ich nebenbei mitgekriegt, dass er irgendwie fremdgegangen sei. Der ist ja auch schon getrennt von seiner Freundin, dieser Sarah Sarita oder Salita oder keine Ahnung wie die heißt. Und da gab es halt voll, voll viel blablabla von überall. Und er hatte ein Statement dazu rausgehauen und hier ist die Wahrheit. Wir gönnen uns das auf neutralen, entspannten Hasen. Bin mal gespannt, wie ihr uns alle hops genommen habt. Let's go. Jo Bruder, was geht ab? Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Weg zum Dreh. Boah, ich bin gespannt, ja. Allah, sag ehrlich, wenn das alles klappen sollte, so wie wir geplant haben, gemacht haben. Boah, da auf jeden Fall. Allah, ich werde mich kaputt lachen, Bruder. Ich werde eigentlich ganz TikTok, ganz YouTube alles hops nehmen, Bruder, ja. Boah, hoffentlich geht alles nach Plan. Ich schwöre, Eskalation, Bruder. Du weißt selber. Hauptsache an meinem Geburtstag. Tag 1 der Shetard. So, wie soll ich am besten YouTube Deutschland und TikTok Deutschland erklären, dass ich die hops genommen habe und alles schon ein Plan war? Es ist gerade Tag 1. Wir haben aktuell, Rudi, wir gucken kurz auf mein Handy zusammen. Wir haben gerade den 16. September 2021, 17.12 Uhr. Für alle Leute, die sagen von wegen Fake, wir gehen in die Einstellung, wir geben Uhrzeit ein. Datum und Uhrzeiten. Zack, 24 Stunden an, automatisch einstellen an, Zeitzone Berlin. Ich mache wieder zu, wieder auf. Ihr seht das Datum. Es ist kein Weg, alles drum und dran. Es ist ein kleines Projekt, was wir schon ein bisschen länger geplant haben. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal erfahren. Wir gehen auf jeden Fall kurz zu einer Person, die ich die letzten Tage schon einige Male gesehen habe, wo er auf jeden Fall auch gesehen hat, dass ein großer Skandal existiert ist und gekommen ist. Wir babbeln gar nicht viel rum. Wir würden direkt sagen, let's go. Okay, bin mal gespannt auf jeden Fall. Ich feiere so eine Art von Videos. Ihr habt es auch gesehen bei dem Léon Machère Video. Hier steht noch, das Mädchen will aktuell leider unerkannt bleiben, weil die Videos bis bei ihrem Vater gelandet sind. Wir kommen jetzt zu der Hauptperson, Hauptkandidaten, komm mal rüber. Was geht ab? Stell dich vor. Also ich komme aus Köln und ja, also wir haben halt so gesehen, dieses Video jetzt schon geplant. Bruder, was ist das für eine Verpixelung? Ist das jetzt extra so gemacht? Ist das auch Teil des Pranks oder? Ist halt so ein kleines Projekt und ja, hast du schon so ein bisschen erzählt? Was genau, wir machen uns weiter noch nicht. Ich habe gerade gesagt, wir haben gerade erst Tag 1, wir sind noch vor dem Dreh. Wir gehen jetzt gleich hoch in die Wohnung, wo das Video entstanden ist, alles drum und dran. Und dann wird das alles gedreht. Wie alles drum und dran, wird das auch noch gleich sehen. Was denkst du, wie das alles ablaufen wird, so die nächsten Tage? Das wird ja ein bisschen in die Länge gezogen, so fast so eineinhalb Wochen, die ist das. Also ich sage mal so, es wird auf jeden Fall so, auf jeden Fall eine Hate-Welle kommen, gar keine Frage. Also ich bin einfach mal gespannt, ich sage mal so, ich lasse einfach so auf mich zukommen. Wir werden ja so Tagesabläufe machen. Ich habe es leider nicht mitgekriegt, anscheinend gab es eine Hate-Welle, sonst würde sie sich hier nicht verpixeln lassen. Mir ist jeden Tag einmal so ein kleines Statement. So, das wird sein, heute kommt dann ein Video, morgen kommt dann sozusagen dieses Telefonat oder dieser Fake-Chat. Wir müssen noch mal belegen, was genau. Danach werde ich halt kurz einen Bericht anrufen, auch Video auch aufnehmen, kurz fragen, wie es abläuft, wie es aktuell bei der Lage ist. Mal gucken, was für Nachrichten es bekommen ist, mal gucken, wer alles hat darauf reagiert. Ansonsten, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach hoch jetzt in die Wohnung und checken mal ab, die Lage. Mal ein Cut. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall kurz rein in die Wohnung. Ich habe mir echt gute Gedanken gemacht, auf jeden Fall. So, das ist nicht die Wohnung von mir, das ist von einem Kollegen. Hat uns die zur Verfügung gestellt für diesen Dreh. Das wird das Bett sein, wo wir drehen. Eine Freundin von *** wird von hier aus filmen. Die wird dann einfach da liegen. Luke, du wirst das nochmal filmen, wie die das filmen. Und, was war es eigentlich, ja? Mal gucken, wie das Projekt laufen wird. Mal eine andere Sache. Ich habe mir einfach überlegt, was kann groß rauskommen von wegen, aber so außerhalb von Street Comedy. Und auch ein kleines Zeichen zu setzen. Was für ein Zeichen werdet ihr auf jeden Fall noch vom Ende des Videos sehen. Ich würde sagen, einfach, let's go. Ach, Cut. Komm, Masterplan von *** erzählen. Wir haben ja, wir haben ja die Decke auf uns. Und der hat ja sein T-Shirt nicht an. Dann ziehst du halt nicht so die Decke von ihm weg, so. Dass man auch so sieht, dass er so oberkampfeist dann ist. Nein, nein. Weil dann denken Leute erst recht so. Ja, klar, du hast dein Handy gesehen. So, hör auf zu filmen und so. Ja, hör auf zu. Planung läuft. Ich würde sagen, nach dieser Aufnahme, wo wir zeigen, dass das gefilmt wurde. Sie verpixelung, Leute. Salam alaikum. Oh! Salam alaikum alaikum. Ich finde das mal das richtige Video, an was ihr da wahrscheinlich alle gesehen habt. Planung. So, wir haben uns alles vorbereitet, Bruder. Ich habe sein T-Shirt angezogen. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen. Da sind noch Schuhe extra. Film da, Digga. Wir haben das extra hingetan. Sachen liegen da so extra rum. Die von uns ist auch da hinten bereit mit dem Handy. Die wird das TikTok wieder drin. Und. Ja. Ja. Spaß, ich mache einen Cut, reich. So, wie noch mal am Seil weggeht. Ich habe noch einen Lachdarmelkring mehr. Was hier passiert ist? Und dann wieder beide Hände. Oh, dann kann man aus, ne? Okay. Versuch noch mal drei an meiner Karte. Dann kriegt das nicht schön, dass du filmst, Digga. Jetzt? Ja. Was hier, wo passiert ist. Und dann wieder der Börderhand. Dann machen wir das Hände weg. Vor allem, ja, einer, du bist am Schlafen, einer kommt mit Handy. Du guckst erst mal. Der weiß schon Bescheid. Bro. Video ist fertig. Wo ist mein T-Shirt lang? So, wir haben das Video jetzt fertig gedreht. Wir zeigen kurz. Was hier, wo passiert ist. Und der Börderhand. Wollen wir das sehen? Das ist ein Video, oder? Das wird jetzt die Runde machen auf TikTok. So, heute, 17.30 Uhr wird es aufgenommen. Wir haben gerade 17.34 Uhr. Fokussiert ist. Jetzt. Ich würde sagen, wir posten das so in einer halben Stunde auf TikTok. Dann macht es auf jeden Fall die Runde. Mal gucken, was draus wird, ja? Ihr habt bestimmt dieses Video schon gesehen und sagt dann, was dazu. Die Verpixelung on fleek. Ich würde einfach sagen, so, ja, jeder weiß ja bestimmt, was an dem Tag passiert ist und so. Kann man sich ja schon denken und so. Mich ist so noch mehr so. Dann sagst du, wenn er weiß auch, was passiert ist. Genau, genau. Und dann. Ich würde dann so von wegen sagen, es ist gar nichts passiert und so. Genau, er wird so mich so voll dagegen sein und ich werde dann so mich sagen, so, wenn ihr so. So, wir werden jetzt gerade mal kurz was essen. Wer wird es gerade sehen? 18.44 Uhr. Das ist das Video, das wird man nicht gepostet. Wir posten das jetzt gleich erst. Hier seht ihr den Account, auf dem das gepostet wird. Ich würde sagen, Cover haben wir auch ausgewählt. Das wird so aussehen. Veröffentlichen, ist man bereit? Ja. Okay. Jetzt veröffentlichen. Dies ist wieder jetzt online. Wie sie sehen. Vor sechs Sekunden gerade ist gepostet. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend nochmal. Ich frage kurz den Zwischenstand, wie es aussieht. Ansonsten sehen wir uns erst morgen wieder beim Telefonat mit zusammen. Hau rein. Morgen, Gott. So, einfach so. Festhalten, tamam. So, was geht ab? Wir kommen zum Tag zwei. Wir haben gerade schon ein bisschen abends. Wir haben gerade, wenn wir gucken, wir haben Viertel vor acht. Ich weiß nicht, ob man das genauso sehen kann. Es ist jetzt Tag zwei, der erste Tag, seitdem das Video online ist. Das Video ist nicht so viral gegangen, wie wir uns erhofft haben. Es hat aktuell, wie ich mal gucken kann, 18.600 Klicks. Ist nicht so viral gegangen, wie ich mir dachte. Ich hoffe natürlich, dass die Leute nicht checken, dass alles gespielt ist. Weil wir wollen ja sozusagen, dass es so rüberkommt, von wegen, dass es nicht gespielt ist. Bro, dann hättest du nicht so reagieren müssen. Da hättet ihr zehn Versuche machen sollen. Wenn einer so macht bei dir, du wirst gerade wach, so, hä, was geht ab? Und du siehst da eine Kamera. Dann braucht man erst mal ein, zwei Sekunden. Man macht nicht so, ey, mach die Kamera weg, weißt du? Fürs nächste Mal. Aber die Idee, dein Teil ist in Ordnung, kann man machen. Wenn es echt wäre, sorry, falls du ein bisschen mackelt, der Kollege hat gerade mit der Hand fest, deswegen, ich würde sagen, wir rufen und sagen euch zusammen, wie die nächsten Schritte von uns sind. Kleinen Moment. Hallo. Yo. Ja. Was genau war das für? Ja, bei dir? Auch, auch. Und wie ist der erste Tag? Ja, also, weil, ganz okay. Also, es hat auf jeden Fall gestern Nacht sehr viel die Runde gemacht. Also, Anfangs war tot. Okay. Aber jetzt geht es auf jeden Fall ab. Also, es gibt auch einige, sag ich mal, Follower, die mich folgen wollen, aber haben mich ja übergebracht, mich fehlt. Hast du, ähm, hast du Dinge, wie heißt das, hast du Nachrichten bekommen oder so? Nein, nein, bis jetzt noch gar nichts. Also, nur die Kommentare, die da drunter geschrieben worden sind. Okay. Aber Nachrichten noch gar keine. Okay. Ich werde sie jetzt gleich ungefähr so zehnmal anrufen oder so. Sie wird das alles aufnehmen, wie ich die anrufe. Danach wird sie mich anrufen. Dieses Telefonat, wo ich damit rede, wird aufgenommen. Ich werde dann halt komplett ausrasten und sagen, von wegen, ey, du musst das Video löschen, ich werde voll schreien. Halt so richtig aggressiv rüberkommen. Und das Telefonat wird nochmal auf TikTok gepostet, aber auch auf das Account. Daraufhin werden noch Chats erstellt mit Audios von mir, wo ich komplett ausraste und rumschreie. Das wird auch noch heute Abend gepostet. Aktuell haben wir den 17. Morgen, was machen wir morgen? Erzählt? Äh, genau. Morgen werde ich dann, also wie gesagt, wir werden, haben schon gesagt, heute werden wir die Videos auf jeden Fall erst mal auf TikTok wieder reinstellen. Morgen werden wir dann auf jeden Fall, wir werden, denke ich mal, Instagram und TikTok-Stories anfangen. Ja. Wo wir da dann halt auch nochmal, sage ich mal, ein bisschen gegenseitig so griefen werden. Also, da haben wir uns erst mal alles abschneiden. Ich werde alles, sage ich mal, zugeben, dass das alles angeht bestimmt. Genau. Das Ding ist, es muss nur ein Video viral gehen und danach wird eigentlich schon alles automatisch viral gehen. Also, jedes Video, was dann. Eins wird auf jeden Fall hoffentlich mal viral gehen, falls nicht, wenn es das richtig ist, fällt dieser, dieses ganze Projekt. Aber ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich beim Telefonat, wenn ich Aisha anrufe und dann halt so tun muss, als ob ich komplett ausraste. Wir haben gerade den Chat mit Aisha gefakt. Wir haben hier so geschrieben halt, hey, ich finde es better an das Video. Was sind das für Videos, was deine Freundin... Die Verpickselung und dann ihr Damen so wegpiepsen. Man hört ihn einfach vorhin, Aisha, so. Und dann wiederum wird es gepiepst, wiederum stärker. Oh Gott. Da postet, seid ihr behindert oder was? Ihr kleinen Pisser löchters. Warte, was ich mit euch mache. Da habe ich noch zwei Audios geschickt, wo ich so ein bisschen rumgeschrien habe. Die saß von wegen Löchters, seid ihr krank? Guck mal, es sagt ihr so, ne? Ich gebe dir original. Zehn Minuten gebe ich dir... Da habe ich noch geschrieben, denkst du, ich meine das ernst mit dir oder was? Äh, wollte nur meinen Spaß so, Junkie. So, extra Probe 10. Wisst ihr, ich meine, damit ihr noch draußen mehr Haske gehabt habt noch für mich. Ähm, sie ruft mich jetzt an. Dann wird es genau gleich ablaufen. Ich werde nochmal komplett ausrasten am Telefon. Und dieses Telefonat wird dann halt nach diesem Chatverlauf, äh, entweder morgen oder heute noch in der Nacht gepostet. Ich würde sagen, wir zeigen das auch noch kurz rein. Und danach würde ich sagen, äh, zeige ich euch nochmal kurz die Ausschnitte von diesen TikTok-Videos. Dieses Telefonat wird jetzt das Telefonat, was aufgenommen wird. Du wirst sehen, wenn ich dich sehen werde. Tamam, du läufst mich sowieso auf dem Weg in Köln oder sonst was. Warte einfach nur dann ab. Ich will noch sehen, ob du noch eine große Fresse hast vor mir. Tamam. Ich will noch sehen, dass du eine große Fresse hast vor mir. Tamam. Wenn du vor mich stehst, wirst du schon sehen, was ich machen muss. War gut, ne? Sei ehrlich. Hallo. Was ist? Ich bin's. Ja. Was sind diese Videos? Wie, was sind diese Videos? Du weißt ganz genau, was diese Videos sind. Du weißt ganz genau, was diese Videos sind. Was, 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 was dann erzählen? Sag mal. Wirst du schon sehen, wirst du schon sehen, wirst du schon sehen. Nein, wirst du schon sehen. Ich rede dich kurz, mach dein Ding, mach dein Ding, komm mal, okay? Du wirst sehen, wenn ich dich sehen werde. Sag mal, du lässt mir sowieso auf den Weg in Köln oder was, was. Ganz ehrlich, du kannst es machen, was du willst. Ich werde dich noch richtig... Quart, ich werde ganze Beweise auspacken. Ich werde ganze Beweise auspacken. Warte einfach, warte einfach. Ganze Welt, ganze Welt wird deine Beweise sehen. Was willst du, was willst du, was willst du? Egal, egal, red so viel. Du willst alle werden, alle werden auf jeden Fall sehen. Ich werde alle Beweise posten. Du wirst sehen. Das wird jetzt so ein Telefonat sein, was ihr da draußen sehen werdet. Und ja, das war es mit dem zweiten Tag. Ich würde sagen, schade, dass ich das alles nicht mitgekriegt habe. Wir melden uns morgen. Haut rein, bis morgen. Habe ich jetzt nicht richtig gesehen, oder? Bitte nicht aufhören. Kannst du dir eine neue Freundin besorgen, mit der du Vlogs drehst? So, was geht ab? Aktuell haben wir den 26. Heiß ist schon über eine Woche her. Zehn Tage. Ich verstehe nicht, warum macht man sowas, wenn man sowieso schon einen schlechten Ruf hat? Date der auf diesen Hate? Ich habe, wie gesagt, nichts davon mitgekriegt. Auch nicht, dass Jan K.W. irgendwas dazu gemacht hätte. Wie gesagt, ich verfolge den ja nicht. Aber er hat denen ja quasi eine Steilvorlage gegeben, diesbezüglich. Letzte Woche haben wir, glaube ich, gedreht. Das war am 17. oder am 18. Wir haben jetzt gerade erst in der Nacht, um 4.13 Uhr. Heißt, das Video, wenn ihr das rauskommt, kommt es um 18 Uhr wahrscheinlich raus. Spätestens um 20 Uhr. Es ist auf jeden Fall einiges passiert mit dem Video. Es wurde von dem Account wieder runtergenommen. Weil von dem Mädchen das Vater das mitbekommen hat mit dem Skandal. Weil eins von den drei Videos auf jeden Fall sehr viral ging. Und die Mädels haben das von alleine dann wieder rausgenommen. Das Problem ist halt nur, dass wir das ganze Projekt dann eigentlich auflösen wollten. Aber man muss bedenken, es gab so ein, zwei Accounts. Die habe ich auch damals in meiner Story gepostet. Also damals heißt noch diese Woche in meiner Story gepostet. Dass ihr die melden solltet. Die haben diese Videos gepostet. Also mussten wir sozusagen gezwungenermaßen dieses Projekt weiterführen. Da haben natürlich auch ein oder andere YouTuber noch drauf reagiert. Ihren Senf dazu gegeben. In den Kommentaren natürlich haben auch ein oder andere kommentiert. Natürlich hat mir keiner geglaubt. Ist aber auch schwer zu glauben, wenn ich sage, dass es nur Gerüche sind. Wenn es schon ein Video dabei gibt, wo ich da so im Bett liege und so weiter. Was alles noch passiert ist. Ich habe unzählige von Nachrichten bekommen von anderen Menschen da draußen. Die sozusagen wieder so mit Hate zu tun haben. Aber diesmal musste ich mich eigentlich nur kaputt lachen. Weil ich halt wusste, dass schon alles geplant war. Mein Fazit an euch da draußen ist eigentlich schon eine ganze Sache nur. Wieso ich dieses Projekt jetzt gemacht habe, war eigentlich nur der Grund, um euch wirklich da draußen zu zeigen. Dass ihr nicht alles glauben sollt, was ihr mitten da draußen sieht. Weil man es ja selbst hätte faken können, um damit viral zu gehen und Klicks zu generieren. Bruder, das küsst doch dein Herz. Da ist doch keine Morale hinter, was du gemacht hast. Das war einfach eine coole Idee, die du umgesetzt hast. Die jetzt ein bisschen nach hinten geschossen ist. Weil du warst halt auch vorbelastet. Und es war halt auch so aufgebaut, wie bei einem Leon Machère. Nichtsdestotrotz, allein dass er mit so einer neuen Idee ankam. Erfrischend, neu, konnte man sich geben. Es gehen immer mehr Videos von anderen YouTubern rum. Oder von allgemeinen Leuten halt, die öffentlich was zu leisten haben. So allgemein Leute der öffentlichen Person. Gehen halt immer mehr Videos draußen rum. Und es werden das gepostet, das gezeigt, dies gezeigt. Und das sind immer so Gerüchte. Gerüchte von A nach B. Okay, das war jetzt bei mir auch ein paar Mal der Fall. Aber von meiner Seite einfach so ein kleines Geschehen, wo ich es wirklich auch zeige. Dass nicht wirklich alles so sein kann, wie es auch draußen präsentiert wird. Oder auch Videos zu sehen ist oder sonst was. Bis sich die Person halt wirklich draußen geäußert hat. Es haben einige geahnt, dass es geschauspielert war von meiner Seite aus. Ja, diese Kommentare haben mich natürlich direkt gelöscht und löschen lassen. Damit es halt nicht auffliegt, dass alles geplant war. Aber im Endeffekt an die ganzen Leute, die jetzt dachten, okay, es war wirklich so. Was soll ich euch draußen sagen? Im Endeffekt seid ihr eigentlich meinen Augen wirklich keine Menschen, die, äh, äh, sag ich mal, Geduld haben und irgendwas abwarten können, bis ich... Was hat das mit Geduld haben zu tun? Wenn es da Videobeweise gibt, ihr habt das doch gefakt und gestellt. Hä? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Nicht einen Prozent Sinn ergibt das. Ihr seht ein Video zum Beispiel von mir, wie ich jemanden kaputt schlage. Man sieht es so als Video. Und ich lade dann ein Video hoch und sage so, das stimmt gar nicht. Ich habe niemanden geschlagen. Und dann denken natürlich alle schlecht von mir. Bro, was für eine Geduld haben. Hä? Er hat doch selbst schon seine Antwort vor einer Minute gegeben. Es war halt alles zu sehen. Alle Beweise, schwarz auf weiß. Wie kann man denn zehn Schritte vorausdenken und sich denken, ah, er hat das alles geplant? Ich will wirklich mich dazu äußern. Es haben so viele Menschen irgendwas kommentiert, von wegen, dass es alles stimmen würde und wer dann wirklich so drauf wäre. Und andere YouTuber sagen dies und sagen das und machen wieder Fitner. Daran sieht er auf jeden Fall das Gesicht von denen. Ich habe wirklich nicht mehr viel zu sagen von meiner Seite aus. Das war es jetzt mit dem ganzen Projekt. Ist nochmal gut gegangen. Es hat auf jeden Fall nochmal gut die Runde gemacht. Wieso das Mädchen aus dem Video jetzt auf einmal zensiert ist und der Name noch ausgepiepst ist, liegt daran, dass sie am Anfang dachte des Projekts, dass es keine Probleme wäre für sie halt im Endeffekt. Aber ist das Problem gewesen, dass der Vater das ein bisschen mitbekommen hat. Aber das Ding ist jetzt auch, wenn wir das jetzt nicht durchgezogen hätten mit dem Projekt, sähe es halt wirklich so aus, als ob das echt wäre. Und da kann ich euch wirklich nicht beweisen, dass alles geschauspielert war und sozusagen geplant war, um euch da draußen halt dieses Fazit jetzt zu zeigen. So Freunde, das war der Prank von BärenTV. Die Wahrheit zu dem aufgetauchten Video, von dem ich leider nichts mitgekriegt habe. War interessant, war erfrischend, kann man machen. Ich feiere so eine Art von Video. Ich habe aber gesehen, er hat ein sehr, sehr schlechtes Like-zu-Dislike-Verhältnis. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Das Video war in Ordnung so. Wie gesagt, ich habe von den Sachen davor nichts mitgekriegt. Vielleicht könnt ihr mir da ein wenig weiterhelfen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.